Bei der Herstellung von hochwertigen Möbelteilen mit Nullfuge geht es darum, den Produzenten ein System zur Verfügung zu stellen, das einfach, robust und vor allem kosteneffizient ist. PlasmaTreat hat dafür gemeinsam mit der Firma Niemann und weiteren Partnern das Düsteck-Verfahren entwickelt. Die Handhabung dieses Open-Air-Plasma-Systems in der Möbelproduktion ist denkbar einfach. Im Gegensatz zum Laser lässt sich die Plasma-Technologie auch in bestehende Anlagen integrieren. Die Plasma-Düsen sind genau auf die Kantenhöhe und die Vorschubgeschwindigkeit einer Kantenanleimmaschine abgestimmt. Genau hier, anstelle des Leimauftrages, direkt vor der Hauptandruckrolle, ist das Düsteck-Plasma-Tool angebracht. Die Funktionsschicht auf dem Kantenband wird durch das Plasma schlagartig aktiviert. Beim Andrücken an die Möbelplatte entsteht hier eine unmittelbare Haftung. Das Ergebnis ist eine hochwertige Nullfuge. Wir erreichen eine absolut dichte Versiegelung zur Möbelplatte und das bei gleichzeitiger hoher Abzugsfestigkeit und Wärmestabilität. Bei einem Wechsel der Kantenbänder kann das Plasma-Düsensystem innerhalb kürzester Zeit getauscht werden. Längere Standzeiten und aufwendige Justierarbeiten entfallen. Eventuelle Wartungsarbeiten können in der Regel vom Maschinenführer selbst durchgeführt werden. Das ist jedoch selten notwendig. Die Erfahrungen aus verschiedensten Industriebereichen zeigen eine Verfügbarkeit des Plasma-Systems von mehr als 99 Prozent. In Zusammenarbeit mit der Firma Plasma-Treat haben wir bereits zahlreiche Kantenanleimmaschinen umgerüstet. 99 Prozent aller Kantenanleimmaschinen lassen sich problemlos umrüsten. Wir sind überzeugt vom Düsteck-Plasma-Verfahren. Es ist einfach in der Handhabung, robust im täglichen Einsatz und vor allem kosteneffizient.